Guten Tag, ich bin Alexander. Und wie heißt du? Ich heiße Alexander. Wie heißt du? Am Anfang, wenn man eine Sprache lernt, ist es sehr wichtig, das Alphabet zu beherrschen. Und wir fangen jetzt mit dem Alphabet an. A, wie zum Beispiel Affe oder Ameise. Oder natürlich das Alphabet. Es ist im Deutschen sehr wichtig, immer den Artikel mitzulernen, wenn man ein Substantiv lernt. Das Alphabet, der Affe, die Ameise. Der zweite Buchstabe ist das B. B, die Banane, das Boot, der Bus. Das B wird ein B ausgesprochen. Die Banane, das Boot, der Bus. Der dritte Buchstabe ist das C. Das C wird manchmal wie ein C ausgesprochen und manchmal wie ein K. Die CD, Cäsar, das Camp. Es ist manchmal ein C, wie zum Beispiel die CD, und manchmal ein K, das Camp. Warum das so ist, erfahrt ihr später. Der vierte Buchstabe ist das D, ausgesprochen wie ein D. D. Das Dach, die Dame. Der fünfte Buchstabe ist ein E. Das E wird im Deutschen meistens offen ausgesprochen. Es ist ein E, nicht ein Ä. Es ist E. Der Elefant, der Esel, die Erdbeere. Der sechste Buchstabe ist das F. F, meistens ausgesprochen F, wie zum Beispiel das Fenster, die Fabrik, der Ferrari. Ganz einfach ein F. An siebter Stelle kommt das G, ausgesprochen ganz einfach G. Die Geige, die Gitarre und der Geist. G. Die Geige, die Gitarre, der Geist. Der achte Buchstabe ist das H. Das H wird am Anfang des Wortes normalerweise wie ein H ausgesprochen. Befindet sich das H in der Mitte des Wortes, ist es normalerweise nicht ausgesprochen. Das Herz, der Hund und das Haus. Einfach ein H. Nicht zu stark aussprechen, das ist wichtig. Der nächste Vokal ist das I. Das I wird wie in den anderen Sprachen auch einfach I ausgesprochen. Der Igel, die Insel, das Igel. Einfach I. Das J wird normalerweise wie ein I ausgesprochen. Es hat ein ganz kleines bisschen mehr J als Konnotation. Es ist aber sehr, sehr ähnlich wie das I. Der Junge, die Jacke, die Jacht. Der Junge, die Jacke, die Jacht. Der 11. Buchstabe ist im Deutschen das K. Das K wird sehr, sehr ähnlich wie das C ausgesprochen. Einfach ein K. K. Der Koch, der Käse, der König. Einfach K. Koch, Käse, König. Der 12. Buchstabe ist ein L. Das L wird L ausgesprochen. Der Lehrer, der Löwe, die Lampe und das Lamm. Sehr einfach. Lehrer, Löwe, Lampe, Lamm. Der 13. Buchstabe ist ein M. Ausgesprochen M. Ganz einfach M. Wie zum Beispiel der Mond, der Mantel und die Maus. Der Mond, der Mantel und die Maus. Der 14. Buchstabe ist im Deutschen das N. Das N wird ausgesprochen N. Zum Beispiel die Nacht, der Nebel, die Nase. N. Die Nacht, der Nebel und die Nase. Der 15. Buchstabe und der 4. Vokal ist im Deutschen das O. Sehr wichtig bei der Aussprache des Buchstaben O ist, es ist ein offener Buchstabe. Es ist O. Das Obst, der Opa, die Orange, das Obst, der Opa, die Orange. Der 16. Buchstabe, der 16. Buchstabe, der 16. Buchstabe ist das P. Das P wird P ausgesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, der 2. Buchstabe ist das B, B und der 16. Buchstabe ist das P. Es wird stärker ausgesprochen. Das Pferd, der Paprika, der Papst. An 17. Stelle kommt ein etwas schwererer Buchstabe, es ist das Q. Das Q wird normalerweise auch wie Q ausgesprochen. Es ist ein K mit einem U. Der Quark, das Quadrat, die Qualle. Manchmal spricht man es auch wie KW aus. Wie zum Beispiel die Qualle. Aber das Quadrat. Manchmal ist es Q, manchmal ist es Q. Der Quark, das Quadrat, die Qualle. Der 18. Buchstabe ist das R. Das R wird im Deutschen normalerweise aus dem Hals gesprochen. In vielen Sprachen ist es ein R. Im Deutschen ist es ein R. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr nehmt ein Glas Wasser, trinkt es und macht dann einfach R. Und mit der Zeit werdet ihr dann die Aussprache dieses Buchstaben beherrschen. Es ist ein R, nicht ein R. Zum Beispiel die Rutsche, das Radio, der Regen, das Rotkäppchen. Es ist nicht die Rutsche, das Radio, der Regen, das Rotkäppchen. R. Die Rutsche, das Radio, der Regen, das Rotkäppchen. Der 19. Buchstabe ist das S. Das S wird normalerweise S ausgesprochen oder S, je nachdem, in welchem Kontext dieser Buchstabe auftaucht. Die Sonne, der Sack, der Saft. Die Sonne, der Sack, der Saft. Der 20. Buchstabe ist im Deutschen das T. Das T wird T ausgesprochen. Die Tomate, der Tisch, die Tür. Ganz einfach T. Die Tomate, der Tisch, die Tür. Der letzte und fünfte Pokal im Deutschen, an 21. Stelle, ist das U. Das U wird U ausgesprochen. Das ist sehr, sehr einfach. Ungarn, die Uhr, die U-Bahn. Ungarn, die Uhr, die U-Bahn. Das U ist ein sehr einfacher Buchstabe. An 22. Stelle kommt das W. Das W wird im Deutschen normalerweise wie ein F ausgesprochen. F. Es ist also kein W, sondern es ist ein F von der Aussprache her. Der Vogel, die Vase, der Vater, der Volkswagen. Habe ich gerade die Vase oder die Phase gesagt? Es gibt manchmal Wörter, in denen das W wie ein W ausgesprochen wird. Aber in 95% der Fälle wird das W wie ein F ausgesprochen. Der Vogel, der Vater, der Volkswagen. Aber die Vase. Es gibt Ausnahmen. Der 23. Buchstabe ist das W in der deutschen Sprache. Das W wird normalerweise W ausgesprochen. Der Wein, das Wasser, der Wald. Einfach W. Der Wein, das Wasser, der Wald. Der 24. Buchstabe ist das X. Das X wird normalerweise wie ein X ausgesprochen. Das Xylophon, Roxana, Alexander. Das Xylophon, Roxana und Alexander. Der vorletzte Buchstabe an 25. Stelle ist das Y. Das Y wird normalerweise wie ein I oder wie ein Ü ausgesprochen. Es ist ein bisschen komplizierter. Zum Beispiel die Yacht, das Yoga, das Yacht. Die Yacht, das Yoga, das Yacht. Das Y ist normalerweise in über 90% der Fälle ein I. Und der letzte Buchstabe im Deutschen ist das Z. Das Z wird wie ein Z ausgesprochen. Sehr, sehr ähnlich wie der dritte Buchstabe, das C. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Einfach Z. Das Zebra, der Zahn, der Zoo. Es gibt im Deutschen noch drei extra Buchstaben. Die nennen wir Umlaut. Umlaut bedeutet, dass aus einem A machen wir zwei Punkte drauf und dann wird daraus ein Ä. Aus einem A, wenn wir zwei Punkte drauf machen, ist es ein Ä, also ein geschlossenes E. Wie zum Beispiel der Ärger, der Ärmelkanal, die Ästhetik. Leider wird Ästhetik wie ein offenes E ausgesprochen. Aber dieser Buchstabe ist normalerweise geschlossen. Ein Ä. Der Ärger und der Ärmelkanal. Aber die Ästhetik. Der Buchstabe U mit zwei Punkten wird Ö ausgesprochen. Ö. Das Öl, das Ödem, der Ötzi. Das Öl, das Ödem und der Ötzi. Der Ötzi kommt übrigens aus Österreich. Das ist ein Land südlich von Deutschland in Zentraleuropa. Österreich. Und der dritte Umlaut im Deutschen ist, es sind zwei Punkte über dem U. Das ist das Ü. Der Überfall, die Übung. Der Überfall, die Übung. Ü. Und der letzte Sonderbuchstabe im Deutschen ist das sogenannte SZ oder Scharfes. Oder Scharfes S. Es sieht aus wie ein B. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es ist aber ein S. Und es wird S ausgesprochen. Und deswegen Scharfes S. Der Fuß, groß. Wichtig bei diesem Buchstaben ist, das SZ steht nie am Anfang eines Wortes. Es steht entweder in der Mitte oder es steht am Ende eines Wortes. Und was auch sehr wichtig ist bei diesem Buchstaben ist, der Vokal, der vor diesem Buchstaben steht, wird lang ausgesprochen. Ein Scharfes S, ein SZ, steht nie nach einem kurz ausgesprochenen Vokal. Deswegen ist es der Fuß und groß. Es ist nicht Fuß und groß. Es ist der Fuß, groß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017